Hallo, 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 was, genau, die Chance zu überleben, hey, warum wollen wir nochmal ein Lade-Screen? Hä? War jetzt crazy. Ja, willkommen zurück bei Fortnite. Die klauen mir alles. Ich werde euch töten, ich werde euch töten. Hier, ich hau dir die Axt in den Drachen. Ach, guck mal, wachs Banny. Hallo, du kleines Hähnchen. Warum schießt die auf mich? Äh, Herzliebe, oh, konnte ich jetzt nicht machen. Herzliebe wollte ich machen. Wie hast du dich bei einem Busfahrer begangen? Habe ich dat? Ja. B, drück mal B. Ja. Hey. Ein Lob auf unser Busfahrer, Busfahrer. Ich würde sagen, wir gehen mal darunter. Was haltet ihr davon? Wo? Äh, wie nah ist, aber egal. Ist egal. Eins, zwei, drei. Okay. Hier, Wüste. Ach, du bist lila. Nur Leila macht geiler, wollte ich dir sagen, ja. Ich nehme mich auch nochmal beim Busfahrer bitte an. Nö, passt schon, ne. Ist in der Wüste. Da geht vielleicht nicht jeder hin. Ist es warm. Boah, ich gehe direkt auf das ganz hohe Gebäude hier. Wie viel, wie viel seht, seht ihr? Doch, kein. Äh, doch, ich sehe einen. Nein! Warum ist denn der so schnell da drauf, ey? Wo drauf? Auf dem Hochhaus, Mann. Also, auf dem Hochhaus ist schon einer gelandet. Au, aua. Ich musste aufs Nachbarhaus. Ja! Ja! Nein! Naja, wir sind etwas. Ich will noch einer. Nö, mal dazu. Hier wird schon geschossen. Ja, auf mich. Oh nein, Bio! Ich, ich höre hier noch eine Truhe. Oh! Oh! Und sowas von tot. Ihr hättet, ihr hättet besser aussuchen sollen, glaube ich. Hier. Da sind wir genauso tot. Oh, nein. Es ist seien für eine Truhe, die wir durch den Damen und supervisor. Oh, aber ich hasse die. Oh, ich kann sie wieder u 젖ten. Also, zulade. Nein, 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 nein. Ich habe zwei ausgeloft, Mann. Ich habe zwei ausgeloft. Ja, ja, ja. Ist gut, ich komme nicht mehr weg hier. Ah, Mann! Das hat er nur ne Pistole. Ah, das war mal ne kurze Runde. Drei Minuten, geil! Und das von, 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 ja, von der Insel aus. Guck mal da, da, seht ihr das? Zwei hab ich ausgenockt, zwei! Ah, scheiße. Schneid zusammen. Ja, dann schnell, dann machen wir noch ne Runde. Hallo, willkommen zurück. Und wir sind fürs Team gestorben. Glaubt mir noch was? Nein. Ich nicht. Ich, ich würd's mir, also ich würd's dir voll glauben, Bio. Ich mir nicht. Hier in die hässliche Visage. Ey, lass mal sehen die. Boah, der guckt voll grimmig immer, wenn ich schieße. Die sind laut, äh. Guck mal. Warte. Ich kanzisiere mich. Ja, haha, 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 haha. Geil, ne? So, Famous aussuchen. Ja. Nee. Ja, doch. Du bist jetzt dran. Nö. Nö, nö, nö. Doch. Wird hier sein. Also, das wär mein Frosch. Da so, ne? Ja. Du willst einfach nur nicht aussuchen, deswegen stoppst du mir zu. Ja, komm. Ich seh ja gar nicht. Was? Bis dahinten! Alles klar. Ja. Ja, ich geh dann nur. Ich sag ja, du schickst mir nur zu. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Und vorbei. Ich mag eh nicht aussuchen. Ich hab überhaupt viele scheiße Ideen hab. Wieso seid ihr schon so weit, ey? Cheatet ihr? Nö. Wallhacks? Flughacks? Ja. Deswegen bin ich auch so schlecht. Ja. Wir sind die schlechtesten Cheater der Welt. Ja, eben. Okay, was? Bis jetzt nicht. Achso, das ist die Fee. Oh nein, da sind wieder welche. Nein! Ich nehm mir das Haus. Da, wo Fee gelandet ist, das sind nämlich welche. Ja, ich weiß. Ich bin doch nicht. Da ist auch einer da, Johnny. Echt? Nö. Ja. Mach keinen Scheiß. Unten. Unten ist einer rein. Aber ich bin bei dir. Aber von unten. Ja, alles klar. Komm von oben. Und hier wird schon geschossen. Ja, ich schieße auf ihn. Ich hab noch keine Waffe. Wo ist der denn? Hast du ihn getötet? Einer ist tot. Einer ist tot, ja. Hast du ihn killed? Geil! Ja. Vorsicht, könnte, würde ein Vierer-Squad sein, ne? Ja. Ja, ich werde schon beschossen. Der fass keiner mehr mehr. Scheiße. Oh, Fee ist tot. Komm, tschuldige. Ohne Waffe kann ich mich nicht mehr an. Äh. Ich hab keine Waffe gefunden. Lass, ich komm runter. Ich komm runter. Ich komm runter. Und auch Moni, ich hab hier eine Maschinenpistole. Vorsicht, dich da hinten dumpeln welche rum. Höh! Ach so, aua, aua. War das Lunder? Ach so, das ist dein Ding. Höh! 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 Aua! Ich hab irgendwas. Ich weiß aber nicht, was ich da werf. Eine Schockwellengranate. Die kommen von oben, Bio. Ja, die bauen sich grad runter. Bio, wo bist du? Ich bin runter. Ja, ich war oben. Ich hab diese Fahne nicht mehr. Ähm. Ups. Höhöhöh. Ah, Mann, ey. Wir gehen auf 50, 50 jetzt. Ich hab keine Lust mehr. Das frustet grad. Ja, ich glaube, das Problem ist, wir gehen nur mal zu großen Orten. Ciao.